Was ist denn das? Es ist Betrug. So einfach. Haben Sie dort Geld investiert? Wollen Sie wissen, welche Chance Sie haben, Ihr Geld zurückzuhalten? Dann schauen Sie sich diesen Videobeitrag bis zum Ende an. Am Ende dieses Beitrags verrate ich Ihnen, was Sie tun können, um wieder an Ihr Geld heranzukommen. Alles Fake. Dreisterweise gibt es zwei Registrierungen, so wird jemals auf der Webseite gesagt. Einmal in den Cayman Islands und einmal in Mauritius. Da findet man aber nichts. Also es ist alles nur Schwind, alles. Kein Cent von Ihrem Geld wurde investiert. Alles, was Sie auf dem Bildschirm gesehen haben, ist alles Lüge. Ihr Geld ist gleich in den Taschen der Betrügung gelandet. Und haben Sie dann überhaupt eine Chance, Ihr Geld zurückzuhalten? Macht es Sinn, zur Polizei zu gehen? Nicht wirklich. Eine Strafanzeige dient der Bestrafung der Täter, aber nicht zur Wiederbeschaffung des Geldes. Sie muss nicht folgen. Wir verfolgen die Sprühe des Geldes und sind damit recht erfolgreich. Wollen Sie wissen, wie das geht? Dann können Sie mich gerne anrufen unter 0308-859-770. Oder besser noch, Sie gehen auf unsere Webseite. Folgen Sie an dem Link. Lesen Sie den Bericht zu PantyFX. Da gibt es noch viel mehr Informationen, als ich Sie in diesem kurzen Video Ihnen vorstellen kann. Lesen Sie den Bericht. Und Sie finden dort einen Fragebogen. Füllen Sie diesen Fragebogen aus. Und dann bekommen Sie von uns eine kostenlose Einschätzung. Zu den Erfolgsversichten. Wir sagen Ihnen, ob wir Ihren Fall überhaupt übernehmen können. Es muss hinreichende Erfolgsversichten geben. Und wenn Sie zu den Glücklichen gehören, sagen wir Ihnen, was wir konkret machen. Und was es kosten will. Weil Sie dann alle Fakten kennen, sind Sie in der Lage, Ihre eigene, richtige Entscheidung zu treffen. Sie wissen dann für sich, warum es für Sie der richtige Weg ist, dass Sie sich unserem Sammelverfahren anschließen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017